Das hört sich immer sehr sehr gut an. Irgendwelche Geräusche mitten in der Nacht zu hören. Warum ist es nur so 3 zu 4? Wir spielen Fatal Midnight. Oh mein Gott. Ich kann nur das einstellen? Achso, ich stehe. Oh ne, Alter. Hört ihr was? Ja, ist gut. Ich kann nichts anderes einstellen, das ist ja wild. Jetzt mal im Ernst, das Gollum-Game ist echt eine Beleidigung für das Franchise und uns Fans wird eiskalt in Skiller sich gerotzt. Ja man, also du kannst, jemand der Herr der Ringe anfasst, egal in welcher Art und Weise, ob Film, Serie oder Spiel, hat einfach eine verdammte Verpflichtung, was Gescheites abzuliefern. Schwester? Sag mal, ist das nur bei mir irgendjemand? I don't need to go there, I need to check my sister first. Ey, das sieht aus wie bei einem anderen Spiel, was wir gespielt haben. Äh, wie hieß das? Wie hieß das? Wie hieß das? Mit der, mit der, mit der, mit dem Dämonen, Kind. Wo wir den Sohn gespielt haben, der nach Jahren wiedergekommen ist. Äh, das ist genau das Haus! Ach du Scheiße! Scheiße! Scheiße, warst du das? Alter! Was war das? Hallo? Schwester? Schwester? Okay, war nur verbrochen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das einfach falsch ist. Fenster aufmachen, geil, Hammer. Hä? Wenn das bei allen so aussieht. Ey, es ist kostenlos. Okay, ich kann die Tür nicht öffnen, oder? Ich kann sie nicht öffnen, weil ich davor stehe. Mir fällt dieses Bumm nicht. Nein. Warum bin ich so blind? Sie ist wahrscheinlich in die Basement? Wann? 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 Habt ihr das Heulen gerade gehört da unten? Gar kein Bock. Wo ist der Computer? Ich bin einfach blind. Was für eine Flashlight ist das denn? Oh shit. Okay. Ist ja wie bei, äh, bei diesem Shooter. Wo ich so ein bisschen Spiel habe, bevor sich die Kamera dreht. Ach du Scheiße. Ja, gar keinen Bock da runter zu gehen. Hallo? Das ist doch jemand. Schwester? Hä? Hä? Mein Herz ist geklappt. Ah! Ah! Was? Was ist das für ein paar Teile? Ich will's probieren! Die Kttelんで ich keinenокmer, oder? Was das für ein paar Teile? Was? Was ist das für ein paar Teile? Da ist das für ein paar Teile? Oh Gott, ich will's five. hjälpte ich mit dir? Oh Gott! Was ist das für ein paar Teile? Also das für ein paar Teile. Und ich habe ihn verraten. Ich bin. Oh Gott. Oh Gott, hallo Madame Rixia, wunderschönen guten Abend, oh Gott, oh shit, Alter, oh man, keine Ahnung, wie weit dieser Clip zurückreicht, ich muss mal kurz selber schauen. Wahrscheinlich zu spät gedrückt, ja, zu spät gedrückt, ist egal, Hauptsache ich weiß, wo wir das machen, ah, warte, 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 muss ich gleich machen, sonst, ah ne, kann ich nicht, ok, egal, später, habe ich jetzt zufällig auf, oh Jesus, hör doch auf, fucking fuck was dead, there was clearly something wrong with her, das war nicht deine Schwester, man. Ich war schon auf dem Punkt, was ist das, kannst du das aufheben, nein, jetzt, bin ich jetzt schon wieder hier, willst du, dass ich zurückgehe, oh Gott. Hallo? Ey, gar kein Bock mehr. Nee. Seine Schwester schreit normalerweise lauter. Die war schon hot. Not gone alleine, bevor du alleine nach Hause gehst. First my sister knocks me out and then the lights go out, fucking great. Wie, deine Schwester hat dich ausgenockt? Telefon? Gott, wenn man rein, geht die Taschenlampe runter, oh, ja, genau. Telefon? Hey, son, I know what happened to her. Go to your room, under the bed, there is something that will help you. Oh, dankeschön. I need to go to my room, there is something under the bed that will help me. Yeah. Was? Hä, hat er gehört was? Nein. War nur ein komisches Licht. TikTok erzählerstimme, oh man. One A. Okay. 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 Oh, was, ich kann nicht rein, oh man ey. Endless Jumpscare. Ich hatte eigentlich nicht vor, ein Horror-Spiel zu spielen, aber es hat sich jetzt gerade so ergeben. Jo, jo, wie komme ich jetzt in mein Zimmer? Da geht's aber keinen anderen Weg. Äh, ja, da können, ach so, oder hat er gesagt in seinem Bett, unter seinem Bett. Wollte ich gucken. Also, unter dem Bett vom Vater, oder unter dem? Okay. Danke, Lukas. Ich hab meine Brille dreckig gemacht. Ja. Ja. Toll. Mach ich jetzt? Die unterste! Brauche ich jetzt eine Brechstange oder so? Hammer? Was ist denn mit deinem Badezimmer, Mann? Ich hasse diese Badezimmer. Gott, wieso kann ich das Fenster aufmachen? Mach's wieder zu! Oh, ich hab so sekelhaft! Oh, sie waren an der Decke. Oh, sie waren an der Decke. Oh! Oh! Give me that! Oh, die! Jetzt geht's los! Oh, 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 oh! Where are you? Ich weiß, einer Schwester geht's nicht gut. Ich hab da was dagegen. Oh! Wo ist sie? Wo ist sie, hä? Da. Die Taschenlampe ist ja völliger Mist einfach. Da lauf ich ihr jetzt hinterher? Da lauf ich ihr entgegen. Ich lauf ihr entgegen, Mann. Wo bist du, hä? Da bist du. Für die, hä? BAM! Terrorists win! Terrorists win! Das war quasi die Vorgeschichte von Ding, Mann. Von Family Curse, Mann. Oh, shit. Das war quasi die Vorgeschichte von Ding. Brothers hat. Untertitelung des ZDF, 2020